Ist es okay oder noch mehr? Äh, 11! Wir wollen, dass es normal wird, Schwächere mit aufzunehmen. Und die mit zu beteiligen an der Arbeit. Das geht. Dankeschön! Wir haben stärkere Mitarbeiter, die dann auch Schwächere mit betreuen. Jawohl, Farabi, ja! Das ist das Wichtige, das Zusammenarbeiten. Wir zeigen, wie hier Inklusion funktionieren kann. Hola! Toll! Alles klar!